FALEN LASSEN! SOFORT! Ja, hey, cool, Mann. Kein Problem, alles easy. Wer bist du? Star-Lord. Wer? Star-Lord, Mann. Legendärer Outlaw. Vergiss es. D5 haben wir auf Sender geschnappt. Nettes Vorstrafenregister. Drax, alias der Destroyer. Seit seine Frau und Familie umgebracht wurden, verwüstet er die ganze Galaxis auf der Suche nach Vergeltung. Gamora, Soldatin, Killerin. Gesucht wegen unzähliger Morde. Rocket, gesucht wegen Raumschiff-Diebstahls und Gefängnisausbruchs in über 50 Fällen. Was zum Teufel? Groot. Seit kurzem unterwegs als Rockets persönliche Zimmerpflanze mit Fäusten. Peter Jason Quill. Wird auch Star-Lord genannt. Von wem denn? Von sich selbst. Gesucht vor allem wegen einfacher Körperverletzung, Trinken in der Öffentlichkeit und Betrugs... Oh, tut mir leid. Ich... Ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert. Hey, hey, hey. Das sind meine. Du verdammt. Hey! Nimm die Kopfhörer runter. Na los! Sie nennen sich selbst die Guardians of the Galaxy. Was für ein Haufen Arschlöcher. I'm hooked on a feeling I'm high on believing That you're in love with me I'm hooked on a feeling ARD Filter Vielen Dank.